Hallo, hier ist wieder Dave von Crypto News. Heute wieder ein Update zu XRP, zur Kryptowährung von Ripple. Ja, der Coin steht momentan auf der Stelle. Schon seit einiger Zeit kämpft er mit der Marke von 53 US-Dollar Cent und kommt nicht rüber. Da ist ein sehr, sehr starker Widerstand und da muss er natürlich erst nachhaltig rüberkommen, der Kurs, damit es hier weiter nach oben gehen kann. Aber ich habe charttechnisch gesehen, da könnte sich was tun in nächster Zeit. Das schauen wir uns gleich mal auf den Chart an. Vorher gehen wir noch mal ganz kurz auf die Jahresperformance von XRP ein. Wir haben hier ein Plus von 37,96%. Und wenn man sich da im Gegenzug den Bitcoin anschaut, dann haben wir hier eine Jahresperformance von 120%. Das heißt, hier ist noch enormes Aufholpotenzial drin, muss man sagen. Das liegt natürlich sehr, sehr viel auch daran an dem Rechtsstreit SEC gegen Ripple, der ja dieses Jahr beendet sein muss. Und da ist ja im Prinzip Deadline, ist ja der 29.4., da müssen alle Unterlagen und alle Bedenken und allem drum und dran eingereicht sein. Und dann hat die Richterin ja circa sechs Wochen Zeit, das Urteil zu sprechen. Das heißt, im Sommer müsste hier normalerweise ein Ende sein, dieses Rechtsstreits. Und dann sollte der Kurs sich auf jeden Fall gen Norden bewegen. Aber so richtig normalerweise. Wie gesagt, momentan wirklich in so einer Schlafposition. Wir schauen uns das gerade mal hier am Chart an. Wir sind immerhin fast bei 53 US-Dollar-Cent. Aber es langt irgendwie noch nicht so wirklich. Wie gesagt, er kämpft hier mit dieser Marke. Und ist immerhin schon über der 20-Tage-Linie. Und hier kommt eine ganz gute Formation zustande. Weil wir sehen hier die 10-Tage-Linie und die 20-Tage-Linie. Und es sieht so aus, dass die demnächst, in den nächsten Tagen, die 20-Tage-Linie von unten nach oben durchstößt. Das wäre dann ein super Kaufsignal. Und wenn der Kurs sowieso schon so etwas nach oben geneigt sind und dann würde noch so ein Kaufsignal generiert werden, könnte dann doch schon der Durchbruch kommen. Ich hoffe, dass dann bald der nächste Pump folgt. Also hier, das ist auf jeden Fall hier schon mal ein gutes Signal. Wir sehen das jetzt mal hier. Hier war ein Verkaufssignal, weil hier die 10-Tage-Linie die 20-Tage-Linie von oben nach unten durchstoßen. Und dann ging es auch die ganze Zeit bergab, kann man sagen. Und jetzt hier berappelt es sich langsam wieder. Und es könnte tatsächlich demnächst, in den nächsten Tagen, dieses Kaufsignal generiert werden. Ja, die meisten unken hier schon, wenn man hier mal schaut, auf die News. Darum ist XRP jetzt eine schlechte Wahl. Erholt sich XRP jemals? Hat der Rohrkrepierer noch eine Chance? Also hier sind jetzt hier nur Negativmeldungen bezüglich XRP da. Das sollte uns auf jeden Fall positiv stimmen. Ihr wisst ja selber, wenn es dann so ganz, ganz negativ ist und man mit gar nichts mehr rechnet und alle nur noch bearish sind, dann ist der Bulle nicht weit. So ist es immer. Genauso wie wenn alle bullish sind bis zum geht nicht mehr, dann ist der Bear nicht weit. Das ist einfach so im Kryptomarkt und auch im Aktienmarkt natürlich. Also mich stimmen solche News eigentlich immer sehr, sehr positiv. Und wenn ich mir tatsächlich hier diese Konstellation anschaue, diese Situation mit der 10- und 20-Tage-Linie und dass hier schon der Kurs sich über der 20-Tage-Linie bewegt und dann noch über der 10-Tage-Linie wäre, das wäre für mich ein bullisches Signal. Und da könnte schon ein kleiner Prump dann im Prinzip folgen. Ich hoffe es natürlich und ich hoffe auf jeden Fall auf das Urteil von dem Rechtsstreit SEC gegen Ripple, dass Ripple sich da durchsetzt und seine Meilensteine, die er schon erreicht hat in diesem Urteil, weiter ausbaut. Und vielleicht auch bald mal einfach mal eine bahnbrechende News kommt, mal was Neues hier im Endeffekt von Ripple. Kam ja in letzter Zeit nicht viel Neues. Die Community ist ja schon so ein bisschen am Rumoren, beschweren sich natürlich schon ein bisschen, weil der Kurs tatsächlich so ein bisschen eingeschlafen ist. Und ich hoffe, dass durch dieses Kaufsignal, was die nächsten Tage generiert wird, hoffentlich generiert wird, wenn der Kurs nicht wieder runter geht, dann ein bisschen mehr Schwung in den Coin kommt und vielleicht der nächste Pump ansteht. Gut, das war es jetzt zum kurzen Update bezüglich Ripple, der Kryptowährung von, bezüglich XRP natürlich, der Kryptowährung von Ripple und nicht umgekehrt. Würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts verpasst von XRP, von anderen Kryptos und auch Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR